Willkommen zurück zu Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. In Jahr 3 sind wir jetzt der Gefangene von Azkaban, wir holen nochmal die Uhren raus. Ich bin ja hier nochmal neu ins Spiel gegangen. Hier brauchen wir aber bestimmt Hermine für den Zeitumkehrer, das haben wir noch nicht gelernt. Kommt aber bestimmt noch in diesem Jahr, ich muss mal eben hier ein bisschen leiser machen, das brülle ich immer so gegen an. So, und ich wollte die kleinen Wichtel runterholen, damit die nicht mehr da das Ding blockieren. So, hört auf, da rum zu blockieren. Ah, jetzt können wir hier oben hin. Und dann auch nochmal hier direkt die Spinnweben nochmal kaputt machen, bringt uns aber nichts. Okay. Oh, das ist bestimmt was für Harry, wegen Puzzle und so. Hier, sprech mal Puzzle. Und hat er die Schlange den Ball gefressen? Äh, wedelt mit nem Schwanz? Aber da sollen wir jetzt nichts mehr machen, oder? Ich will auch nochmal die, äh, nur, genau. Ja. Alle schönen Punkte geholt. Das Bild auch nochmal angezaubert. Okay. Gut. Harry, dann mach mal das da ran. Oha. Also ein versteckter Raum für, äh, nen goldenen Stein. Aha, cool. Okay. Ich hab aber vergessen, was die goldenen Steine eigentlich machen. Ich weiß gar nicht, was man dafür am Ende kriegt. Oder ob das dann einfach nur wieder zusätzlich das so freischaltet, oder so. War hier eigentlich noch was? Silbermünzen ohne Ende, alles klar. So, dann wollen wir uns mal um die Uhren kümmern. Ich denk mal, blau zu blau. Nee, komm mal her, du. Zack, da rauf. Mhm. Guck mal, wie die sich freuen, die kleinen Uhren. Hehe. Ach, so schön. So putzig das Spiel, echt. Kann man nicht, nicht anders sagen. Ach, dann kriegen wir das Eulenpaket. Oh Gott, wo ich damals noch überlegte, was man mit so einem blöden Klotz machen soll. Aber ich finde, es sieht halt auch gar nicht aus wie so ein Postpaket. Mal abgesehen davon, dass die ja meistens sowieso eher Briefe transportieren oder ein Besen oder so. Aber... Naja, gut. Punktzahl. So, ich hab mal irgendwas freigeschaltet. Okay. Ja, und nu? Und jetzt? Kann ich die Uhren anzaubern. Okay. Na denn? Und was bringt uns das jetzt? Ich meine, wir können dann zum Zeitumkehrer gehen. Aber schade. Ich dachte, man kann sich da irgendwie ranhangeln oder so. Mit der Uhren kann ich nichts mehr machen. Das war's jetzt hier, ne? Ich glaube, wir haben alles geholt. Gut, dann gehen wir wieder. Lampen. Lüüü. Genau, wir nehmen alles mit. Und dann gehen wir wieder. Ja. Nettes kleines Versteckchen. Ich glaube, ich war auch hier zu weit gelaufen. Ich geh nochmal hier zurück. Genau. So die kleinen Geheimgänkchen. Wir sollen nämlich da rein. Und wahrscheinlich gibt's jetzt hier überall so eine kleine Verstecke immer. Hier haben wir nämlich auch noch eine Riptikulus. Ja. Er hat Angst vor Dementoren. So. Ich brauch mal hier. Eigentlich müsste jetzt wieder eine Spinne kommen bei Ron. Aber ja, Leute. Ich bin gerade aus dem Spiel geflogen. Schon das zweite Mal, dass das Spiel jetzt abgestürzt ist. Und jetzt musste ich nochmal nachspielen. Bin nochmal hierher gegangen, um zu gucken, ob jetzt hier alles in Ordnung ist. Und hab halt nochmal diesen komischen Schlangenschwanz hier angezaubert. Und tatsächlich haben wir noch was übersehen. Zack. Da war noch was. Vernon Dusley haben wir freigeschaltet noch zusätzlich. Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal zurücklaufen. Aber das wollte ich euch nicht vorenthalten, dass hier doch noch was war. Ja, wenn wir wollten, können wir uns jetzt in Vernon Dusley verwandeln. Ob wir das wollen, das ist eine andere Sache. Aber wer kann, der kann. Und wir wollen ja hier nichts übersehen. Hoffentlich stürzt das Spiel nicht schon wieder gleich ab. Das würde mich ziemlich aufregen langsam. Wir gehen jetzt nochmal zurück. Alle Schüler haben Angst vor den Dementoren. Immer noch. Jetzt müssen wir nochmal die Kiste anzaubern. Ich nehme gleich mal hier. Das sind ja nicht Fred und George. Ähm, das sind ja Fred und George. Und das sind ja gar nicht hier Hermine. Ja, ja. Ihr habt Angst vor Voldemort. Alles klar. Ich wüsste gar nicht, dass die Angst vor Voldemort haben. Also, dass der... Kannst du den jetzt mal... Dankeschön. So. Wo kommt der Schlüssel hin? Ach, da oben. Gut. Dann haben wir wieder ein geheimen Versteck anscheinend gefunden. Das ist sehr schön. Überall, wo jetzt diese Kisten sind, finden wir jetzt die dazugehörigen Schlüssel endlich. Anscheinend. Gut gemacht. Fred oder George wäre auch immer für den beiden. So. Gehen wir mit denen mal gleich weiter. Können wir den anzaubern hier? Mal die Bücher. Oh, Entschuldigung. Hier so ein paar Feuerwerksdinger. Einfach immer fröhlich rumzaubern, ganz ehrlich. Oh, da oben will ich auch hin. Können wir da einfach so? Ne. Dafür müssen wir irgendwas tun. Ups, Entschuldigung. Irgendein Gemälde hier irgendwas machen. Mit den Büchern vielleicht. Ui. Punkte, Punkte, Punkte. Genau. Geh auf den Tisch hier, die Sachen. Auch nicht. Er will aber auch bestimmt was hier, oder? Bevor sie verschwinden, so wie Lumosen mal. Nein, mach mal hier. Weck die Kiste. Und dann nochmal Ridikulus. Ach ne, ist es gar nicht. Okay, aber hier haben wir noch irgendwas. Ah. Oh, was haben wir denn? Ach, der hat eine Lesebrille bekommen. So, und was haben wir hier? Das gehört bestimmt da ran. Ach, wie cool. Wo kommen wir denn jetzt hin? Ja, dann geh halt mal du, Harry. Der kann auch nicht. Wir können da irgendwie noch nicht hin. Das ist uns irgendwie noch verboten, oder so. Da ist noch so eine Sperre. Klöter, Klöter. Alle hingestellt. Was haben wir hier? Ach, ein Herz. Okay. So, noch mehr Bücher. Wir können hier alle wieder aufstellen, ordentlich. Und du? Wieder schön ins Regal gestellt. Die Rollos mal hoch machen. Die Bücher alle ordentlich machen, genau. Okay. Wir befreien die Bücher. Das ist immer so ein bisschen nervig, dass man manchmal mit den Zaubern nicht zielen kann, richtig. Und man immer was anderes aus Versehen erwischt. Etwas, was ich immer ein bisschen nervig finde. Aber sonst. Ja. Oh. Was haben wir hier noch? Ach, der macht die Fackeln an hier. Uh. Ist ja toll. Können wir jetzt mit dem was machen? Ja. Wir können es brennen lassen. Oh. Der Zauberer wird angebrannt. Und jetzt kommt er da hin. Ah. Ah. Dann kommen wir da bestimmt auch oben jetzt hin. Coole Sache. Ja, sehr einfallsreich. Wie immer. In diesem Spiel. Ich glaube, deswegen mag ich die Spiele einfach auch so gerne. Geh auch mal nach oben. Ja. Und ihr könnt mal weggehen. Okay. Das geht nicht. Wir können die Fackeln noch hier. Genau. Die hatten wir auch noch nicht. Dann gehen wir mal zurück. Und schauen mal hier nach dem Rechten. Können wir die Blumen nämlich wachsen lassen? Aha. Können wir das nehmen? Hier die Bücher nochmal wieder reintun. Kann ich hier einfach jetzt... Komm. Lass dich mal hochfliegen. Ja. Wir haben es. Okay. Susan Bones. Haben wir. Gut. Dann wird das jetzt hier wahrscheinlich auch nicht mehr irgendwie... Mich dazu verführen, dass ich hier ständig mal denke, ich habe es noch nicht erledigt. Und dieses Zauberer mehr anhören. Aber wo gehören die Sachen hin? Bist du eigentlich zufrieden da mit deiner Brille jetzt? Oder? Hm. Was mache ich denn jetzt mit dem ganzen Kram? Hm. Was mache ich mit dem Pflanzenzeug? Also hier können wir noch nicht hin. Tja. Tja, dann weiß ich ja auch eigentlich gerade nicht so richtig, was ich hier machen soll. Ich habe hier so Sachen, die ich... Banane... Das Zeug halt. Das kann ja da liegen bleiben. Was mache ich mit dem Gestrüpp? Das ist für den Kochtopf, nehme ich mal an. Den wir aber anscheinend noch nicht benutzen können, ne? Hm. Oder können die Zwillinge hier irgendwas zaubern, was die anderen nicht machen können? Ich glaube nicht. Also ich glaube, die Zutaten sind bestimmt für den Topf, was wir aber halt noch nicht machen können. Dementsprechend gehe ich mal mit Harry wieder weg hier und wir lassen das mal sein. Wir haben ja die Susan Bones bekommen. Das ist ja schon mal was wert gewesen, hier in den Geheimgang zu gehen. War da noch was? Ja, ein blauer. Ich habe mich nicht verguckt. So, jetzt gehen wir aber mal hier durch, wo wir hin sollen. Vielleicht gibt es ja sogar noch eine Ridiculous-Kiste. Das wäre ja auch fein. Ist das da vorne eine? Brauche ich sowieso die anderen. Na komm. Schade, keine Ridiculous-Kiste. Irgendwie hat es gerade Spaß gemacht, diese Geheimgänge zu finden. Joa, hier können wir wieder einen Zaubertrank machen. War da oben eigentlich noch was, was nicht ging, aber jetzt schon? Ach, da ist auch so ein Wächter wieder. Okay, also da sollen wir auch nicht hin. Ich glaube, die sind dazu da, dass man da nicht hin soll. Entschuldigung, es ist ja manchmal verflixt hier, ne? Jetzt wurde ich auch noch angerufen. Wenn es nicht das Spiel ist, ist es wieder was anderes. Entschuldigung, aber passiert ja. So, genau, da oben war ich. Da ist immer noch der Wächter-Troll-Typ. Und wir sollen hier lang gehen. Ach, wir sollen jetzt hier... Jetzt geht die Starttour weg. Warum geht denn jetzt aber auf einmal die Starttour weg? Na egal, wir gehen da hin. Okay. Hier, Fred und George, die beiden Halunken. Ja, die finden das halt lustig, die Karte des Herumtreibers zu benutzen. Eine Karte, die halt die versteckten Gänge von Hogwarts anzeigt. Und, ups, hier sollte ich vielleicht auch passen. Nicht so unbedacht einfach herum. Und wir sollen auch wieder Punkte sammeln. Gut zu wissen. Hä? Was war das denn bitte? Okay. Gut, dann lumosen wir. Die Karte, das du herumtreibst, finde ich ziemlich cool. Also, ich hätte auch gerne so eine tolle Karte. Die einem so zeigt, wo andere Leute gerade sind. Und herumwandern. Auch wenn es jetzt nur auf Hogwarts bezogen ist. Aber... Das ist bestimmt voll praktisch. Man weiß halt immer, wo derjenige ist, den man sucht. Ja. So. Äh. Das sind die kleinen Wichtel. Geh weg, du Wichtelding. Und jetzt wieder... Oh. Du sollst da hin und du sollst da hin. Okay, damit wir da auch rüber können. Bitte ganz drauf. Sonst fallen wir runter. Nein. Oh, das meinte ich mit den... Zielen. Ich falle hier bald runter. Ja, das Ding ist nicht richtig drauf. Aber okay, wenn ihr meint. Ach, die schaffen das auch so, oder was? Na dann. Ja. Irgendwie schaffen es aber nicht einfach so. Ja, toll. Können wir jetzt den... Wir müssen die jetzt von da vorne immer hier rüber holen. Und das ist ja... Interessant. Nein! Oh, Harry, du Dussel. Das ist aber auch blöd. Schön, dass du da ganz drauf bist. So. Ich möchte das... Anzauberndes Spinnenleben. Ist ja auch blöd, dass man Punkte kriegt, die man sowieso nicht irgendwie einsammeln kann. Das ist voll gemein eigentlich. Ja, du kannst doch da jetzt rüber, Mensch. Da haben wir das Gewicht doch da rangehangen. So, jetzt machen wir hier irgendwas mit den Kerzenleuchtern. Kerzenleuchtern. Oh! Ich glaube, das wird hier nichts mit den Punkten, dieses Level. Denn alles, was ich eigentlich sammle... Das ist eine tolle Stelle. Vor allem, weil er jetzt immer wieder runterfallen wird. Voll blöd. Licht. Ja. Toll. Dann ist uns das einfach mal nicht so wichtig. Ich werde die Punkte natürlich trotzdem sammeln. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich es jetzt schon nicht schaffe mehr. In manchen Leveln finde ich... Und ich finde, es hat sich so gesteigert von den Levels... Leveln... Levels her so. Bisher, dass... Spiel dann Irrwicht. Ja, dass ich finde... Je weiter die Level irgendwie werden oder... Je schwieriger das Spiel wird, sag ich mal, desto weniger Punkte kann man auch sammeln. Aber vielleicht kommt mir das auch nur so vor. Also in manchen Leveln kann man halt echt wenig Punkte sammeln. Meistens natürlich die, in denen man es soll. Aber okay. So, wo soll die Blume jetzt hin? Einfach irgendwo? Also die nicht. Dahin. Okay. Hey. Hey. Hey, hey, hey. Ja, da freut ihr euch. Das ist schön. Und die Torte. Hey. Warum rülpsen die und sagen, hey? Muss ich das verstehen? Hey. Öh. Und das hier ist wieder sowas, was man nicht benutzen kann. Okay, was mit den Kerzen? Man kann die Kerzen nicht anmachen. Okay. Die können wir aber anmachen. Die auch. Und nochmal und nochmal. Und das Spinnennetz. Wenn wir schon dabei sind. So, dann gehen wir. Ah, wir sind in Hogsmeade, ja. Ist ja so, dass Harry auch nur die anderen beiden braucht, um hierher zu kommen, weil er halt keine Erlaubnis von Vernon Dusley bekommen hat. Oder halt Petunia oder wem auch immer. Dass er halt als Minderjähriger hier hin darf in dieses Dorf. Mit den ganzen Leckereien. Und alle anderen Schüler dürfen das. Und deswegen kommen halt Fred und George und helfen mit der Karte des Umtreibers und zeigen ihm einen Geheimgang. So, dass er halt auch hier nach Hogsmeade kann, was halt toll ist. So, weil es ist echt ein schöner Ort. Und ich finde es total toll, dass man jetzt selber hier so, ja, gucken kann, was hier so ist. Ich dachte, es gehört hier vielleicht drauf. Ja, tut es auch. Okay. Da ist diese Schlange. Dann haben wir noch hier schöne, blauen. Hier, den Skeletttypen. Der tanzt doch immer sonst. Warum tanzt der denn nicht? Geht mal hier alle weg. Ich will hier hin. Es geht jetzt alles in Mühe. Geht doch mal weg. Ich habe jetzt den Geheimgang benutzt. So, was können wir hier denn mal machen? Den Zuckerding. Nichts? Schade. Aber du kannst auch weggehen. So. Will ich hier irgendwie tolle Sachen machen? Ich kann hier nichts mehr machen, ne? Außer die Leute durch die Gegend werfen. Ich bin ehrlich schon zu fett. Hier, weg hier. So, dann gehen wir wieder. Oh, wir sind in Hogsmeade. Wie geil ist das? Schön ist das. Es gibt schon ein paar Orte, die man ja auch in Wirklichkeit gerne mal entdeckt hätte, ne? Es gibt ja auch, glaube ich, in London so eine... Ich weiß nicht, ob es direkt in London ist. Aber irgendwas gibt es ja so einen Nachbau von der Winkelgasse und so. Da würde ich ja gerne auch mal hin. Und mal wirklich dann durch diese Gegenden gehen. Aber ob das dann wirklich so geil ist. Aber immerhin so ein Nachbau von so manchen Welten. Ach ja. Dann müsste es doch viel mehr geben aus irgendwelchen Spielen. Das wäre doch bestimmt voll der Hit. Kannst du nicht mal hier... Kann nicht mal jemand das anzaubern? Hier. Und dann zaubert einer von euch das an. Ja. Aber warum kann der andere das dann in dem Moment nicht holen? Das ist doch voll blöd. Muss ich das selber anzaubern? Ja, okay. Mit Hilfe geht es nicht. Ein Weihnachtsbaum. Naja. Oder ein Tannenbaum. Ein Tannenbaum muss ja nicht unbedingt ein Weihnachtsbaum sein. Juhu. Funke. Noch eine Eule. Die wir aufscheuchen. Die arme Eule. Okay, wir werden von einem Schneemann von Draco Malfoy attackiert anscheinend. Oder was? Okay. Mhm. Draco, du blöd Mann. Ein Schlitten. Ich will Schlitten fahren. Äh. Äh. Wo soll die hin, die Fackel? Doch, wir können jetzt hier das Eis schmelzen. Das ist ja cool. Noch mehr Eis schmelzen. Yay. Haha. Draco, da hast du einfach mal Pech gehabt. Dein Schneemann wird zergehen. Und die Eule? Komm, das dritte Fenster auch noch. Na, wa? Ich glaube, ich muss hier schon wieder irgendwas bauen. Einen eigenen Schneemann. Was kann der? Nix. Einen Wappenteil haben wir dafür bekommen. Okay. Gibt es hier noch mehr Laternen, die ich übersehen habe vielleicht? Da haben wir angefangen. Da ist nix mehr. Hier ist noch eine. Hier ist noch... Nicht du Zauberer, Mann. Oh, das nervt. Geh doch einfach mal weg hier. Jetzt. Dieses normale Zaubern kann man irgendwie anvisieren. Aber das andere halt nicht. So das Wingardium zum Beispiel. Das ist schon ein bisschen blöd. Ja. Gut. Dann, äh... Ne. Dann gehen wir mal. Wo können wir denn mal hin? Hier hin. Ja, da sind die anderen. Um die müssen wir uns dann im nächsten Part kümmern. Okay, wie ihr meint. Machen wir, machen wir. Müssen die immer nerven, die Jungs? Was mich ein bisschen wundert ist, dass Harry jetzt gerade keinen Tarnomang anhat. Eigentlich darf er ja hier nicht sein. Das weiß ja jeder. Weil er hat ja keine Erlaubnis bekommen. Und dann hat er natürlich eigentlich laut Buch und Film den Tarnomang an. Und bewirft dann hier die Jungs, äh... Muss man echt aufpassen hier, ne? Ja. Scheiße. Äh, ich laufe mal hier während des Redens hin und her, weil ich mache jetzt einen Cut gleich. Ne, aber er hat eigentlich einen Tarnomang an, damit er halt eben nicht entdeckt wird. Und bewirft dann hier die Malfoys unsichtbar, die ja gar nicht wissen, dass Harry das ist. Und die beiden lachen dann und, äh, also hier Hermine und so, die sich hier vergnügen im Schnee. Und im Schnee vergnügen wir uns weiter im nächsten Part von Lego Harry Potter. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Danke fürs Zuschauen.